ja jetzt ist guter rad teuer ich kann man zwei flares haben ja schon reingeschossen die habe ich noch da war doch noch ein teil irgendwo war noch ein teil wenn das irgendwas in die in die nähe kommt kann man doch so ein bisschen dran rum rutzeln jetzt dauert der daneben klein bisschen brutzeln kann man da schon wenn man hier wieder warten müsste batterie voll ist ja ich muss näher ran das macht die sache natürlich nicht ungefährlich wenn man hier stehen in die richtung was streicht das alles ja das wäre ja da jetzt du Pin oder du ja du 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 Das war's. Das dauert auch immer, bis sich das wieder aufgeladen hat. Ja, diese Funken sind immer da. Ich glaube, wenn die Kabelrolle vorbei ist, dann kann ich mal einen Sprungwagen. Okay. 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 The flare gun was the only way to get right into the heart of the dark presence. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wie viele noch? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und irgendwie runterschießen, ne? Aber normalerweise heißt das doch da rein I had to keep shooting flares into it's heart as long as it took to destroy it Wie lang soll das sein? Und wie lang soll das sein? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, rüberhüpfen darf man nicht Ich bin ein Schöpfe Ich bin ein Schöpfe Ich bin ein da nur mit wollen wir noch klar dass das alles bei mir im kopf ist ja man muss nur ganz nah ran das ist zwar nicht ganz logisch weil das geschoss die leuchtkugel schlicht ja da mitten rein explodiert dann da aber egal ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schhh, Baby, du warst ein schlechtes Traum. Es war nur ein anderes Lied. Nein. Alles ist gut, du bist in Hause. Es war nicht ein Traum. Alles ist gut. Turn die Lichter auf! Turn die Lichter auf! Schhh, Baby, die Kraft ist weg. Es gibt keine Lichter. Kommt zurück zum Bett, und ich werde dich vergessen, all über deine Angst in der Nacht. Meine Angst? Es ist deine Angst. Warum bist du nicht Angst? Du bist nicht Alice. Turn die Lichter auf jetzt! Wo ist die Lichter? Was hast du mit dem? Allen, honey, du bist noch ein Stück in einem Traum. Du bist nicht so gut. Kommt zurück zum Bett. Allen, du schaffst mich jetzt. Kommt zurück zum Bett. Hast du deine Pille genommen? Willst du mich, Dr. Hartmann kenne? Die kann ja nicht echt sein. Ich leid dein Manuskript. Es ist brillant. Die Departure ist dein bestes Werk. Ich werde den Klicker jetzt finden. Ich bin so stolz von dir. Kommt zurück zum Bett. Wir sprechen über das in der Nacht. Ist da der Klicker? Nein, das ist so ein Maus. Ich bin so stolz von Bett. Ich bin so stolz von Bett. Ich bin so stolz von Bett. You must find your way to the cabin. It stands in your way. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Verwangen Sie nicht. Ich bin nicht erinnert. Er ist Herr Skull. Ihr Freund werden ihn treffen, wenn Sie weg sind. Use the clicker. Use a clicker. Bert? Termos? Shopping cart. Crate. Path. I'm leaving you. What? I'm leaving you, Alan. I met someone. I'm in love with someone else. Alice? No, what are you saying? You can't... You don't love me. How could you? You don't even love yourself. All you do is torture yourself before you can't do anymore. No! I love you more than anything in the world! You're... You're my muse! I'm not. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on! What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. I promise to be good. Please, untie me, you naughty boy. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. No! You're not Barbara Jagger! I made a terrible mistake. I should have never written you back! You came back wrong! Your heart is filled with darkness! Put that knife away, Thomas! Put it down! My heart is filled with darkness. I'll cut it out. I'll take you back to the depths you came from. I have to write the story to the end of darkness. Get away from me, you hag! Where am I? Let me go! Alice! Alice! I'm coming! Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. No one will never die. So, so, so. Then I have brought light into your heart. No one will never die! I will have to govern you ... That thing you will never get out of the way. No one will never know! But no one will never die! Ah, das ist eine Schraubmaschine. 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 Und Geschichte beendet. Spiel beendet. Ah, das ist eine Schraubmaschine. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also meine liebste Waffe war, wo der Revolver war. Aber 95 habe ich auch mit einem Flashbang ins Jenseits geschickt oder zurück in die Monsterwelt. 23 habe ich überfahren. 895 Vögel haben mich genervt und habe mich umgebracht. Und hier habe ich 76 von den 106 Manuskriptseiten gefunden. Manche kann man nur finden, wenn man das im Nightmore-Modus spielt. Also im schwersten Modus. Und ja, 72% der Kaffeetermuskern. Und da gibt es auch nochmal scheinbar eine extra Statistik für, wie viele Dosenpyramiden man umgeschossen hat. Und ich habe auch noch 15 der 30 Kisten gefunden. Zwei Radio-Show habe ich verpasst. Eine TV-Show. Und Alarm-Clock habe ich nicht eine gefunden. Und die Cardboard-Standys. Und die sind meine Aufsteller. Die habe ich doch gesehen. Die hätte ich vielleicht noch irgendwie anklicken müssen oder umschmeißen oder was. Und es gibt sogar Nightspring-Videogames. Ah, interessant. Habe ich natürlich auch nicht. Und da kann man sich alles nochmal durchschließen. Naja, das als kleinen Nachtrag, falls euch die Statistik interessiert. Aber jetzt ist Sinte. Ciao!